Wir befinden uns hier in Esslingen-Mitte auf der Adenauerbrücke. Hier kam es heute Abend zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Lage beim Eintreffen war anfangs relativ unübersichtlich, da es sich um zwei betroffene Fahrzeuge handelte. Die Kollegen haben dann die Patienten sortiert auf die Fahrzeuge und gesichtet und dann mit der Erstversorgung begonnen. Also insgesamt wurden vier Personen verletzt und der Rettungsdienst war hier vor Ort mit vier Rettungswagen, zwei Notärzten, einem leitenden Notarzt und mir als Einsatzleiter. Es war von Anfang an die Meldung, dass es sich um mindestens vier betroffene Personen handelt. Ja, das ist richtig. Eine Person war schwanger. Also glücklicherweise wurde keiner schwer verletzt. Die meisten Personen waren leicht verletzt. Das ist immer eine angespannte Situation, wenn jemand aus der Blaulichtwelt beteiligt ist. Und da geht man dann natürlich mit gewisser Anspannung an die Sache ran. D阿 mum! D阿 mum! D阿 forearm! D阿腕 Hier ist die Abfluggezogung und dann können wir uns das machen. Genau, super. Jetzt doch? Okay. Da vorne geht. Spontaneig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.